Diese Aufnahme wird mich allen, die mich kennen, kennengelernt haben oder auch mit mir zusammen sein durften. Für einen Teil meines Lebens. Euch allen von ganzem Herzen ein Dankeschön. Menschen kommen in dein Leben aus einem bestimmten Grund, für eine Weile oder für Lebenszeit. Wenn du weißt, welches zutrifft, wirst du wissen, was du für diese Person tun sollst. Wenn jemand aus einem bestimmten Grund in deinem Leben ist, dann meistens, um Bedürfnisse, die du geäußert hast, abzudecken. Sie sind gekommen, um dir bei einem Problem beizustehen, um dir Führung und Unterstützung zu geben, um dir physisch, emotional oder spirituell zu helfen. Sie scheinen ein Glücksfall zu sein. Und sie sind es auch. Sie sind da, weil du sie da brauchst, ohne dass du etwas Falsches gemacht hast. Oder auch zu einem ungelegenen Zeitpunkt. Wird diese Person etwas sagen oder tun, um die Beziehung zu beenden. Manchmal sterben sie. Manchmal gehen sie fort. Manchmal handeln sie so, dass sie dich zwingen, Abstand zu nehmen. Was wir uns klar machen müssen, ist, dass unser Bedürfnis befriedigt, unser Begehren erfüllt, ihre Arbeit getan ist. Deinem Gebet wurde entsprochen und nun ist es Zeit, weiterzuziehen. Einige Menschen kommen für eine Weile in dein Leben, weil für dich die Zeit gekommen ist, zu teilen, zu wachsen oder zu lernen. Sie bringen dir die Erfahrung des Friedens oder sie bringen dich zum Lachen. Es kann sein, dass sie dir etwas beibringen, was du noch nie gemacht hast. Meist geben sie dir ein unglaubliches Ausmaß an Freude. Glaube es, es ist Wirklichkeit. Lebenszeitbeziehungen lernen dich Lebenszeitlektionen. Dinge, die du als solide emotionale Basis brauchst, um darauf aufzubauen. Deine Aufgabe ist es, die Lektion anzunehmen, die Person zu lieben und das, was du gelernt hast, in allen anderen Beziehungen und Bereichen deines Lebens anzuwenden. Man sagt, dass Liebe blind ist, aber Freundschaft ist hellsehend. Danke, dass du ein Teil meines Lebens bist. Egal, ob aus einem bestimmten Grund, für eine Weile oder für Lebenszeit. Egal, aaaaa, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020